Nach turbulenten Trennungs- und Rosenkriegszeiten mit Ex-Peter Klein, 56, scheint Iris Klein, 56, TV-Persönlichkeit, endlich wieder auf Wolke 7 zu schweben. Doch wer ist der geheimnisvolle Mann an ihrer Seite? In ihrer neuesten Instagram-Story nimmt Iris ihre Fans mit auf eine aufregende Autofahrt. Doch während sie sich filmt und coole Deutschrap-Musik im Hintergrund läuft, erhaschen wir einen Blick auf die Schulter eines Mannes mit tätowierten Armen. Und dann passiert es, das Gesicht des Fahrers spiegelt sich in den Gläsern ihrer Sonnenbrille. Könnte es etwa ihr neuer Lover sein? Im Juni gab Iris bereits ein paar Details über ihren Partnerpreis. In einem exklusiven Bild-Interview verrät sie, dass er ein Deutscher ist und fast zwei Meter groß. Außerdem verrät sie, er ist ein Unternehmensberater und sechs Jahre jünger als ich. Doch anscheinend möchte er nicht öffentlich auftreten. Was Iris jedoch besonders an ihm schätzt, ist sein umwerfender Humor. Seid gespannt, während wir versuchen, das Geheimnis um Iris Kleins neuen Partner zu lüften. Abonniert unseren Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Lasst uns wissen, was ihr über diese aufregende Enthüllung denkt und wer eurer Meinung nach hinter dem Lenkrad saß. Stay tuned für weitere spannende Updates.